Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu World of Warcraft, hier demnächst ein paar Tippe heute bei uns. Und wir müssen jetzt zunächst eine Aufgabe laufen, die hier ganz oben liegt. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir da rumkommen müssen. Ich glaube, wir müssen erstmal hier auf diesen Dings laufen, auf diesen Steg da. Denn über die Berge kommen wir gar nicht drüber. Glaube ich zumindest, wir können es gerne probieren. Mich kannst du am besten mir nicht vorstellen. Verfolgt hast du? Ja, ups. Eps, jetzt hoffe ich mal, dass wir da hochkommen, sonst haben wir die A-S-Karte. Natürlich können wir da hoch. So, die Frage ist nur, wie laufen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wo lang? Ja, wo geht es denn hier hin? Ja, wo geht es denn hier hin? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Alter. Äh. Äh. Ich muss jetzt ernsthaft sechs Minuten... Äh. Also, also, also... Wenn ich das jetzt richtig sehe, wurde ich zerstört und muss jetzt sechs Minuten warten, bis ich wieder ich sein kann. Okay, wo wurden wir jetzt hingesetzt? Nicht weit weg, auf jeden Fall. Okay, da laufen wir definitiv nicht lang. Wir laufen da außen rum. Damit es klar ist. Ich will nicht wieder abkacken. Alter, die waren, die waren, die waren ziemlich stark. Dreimal und ich war weg. Okay. Okay. Deswegen geht es jetzt außen rum. Ah, komm. Auch ziemlich stark. Siehst du, der ist so stark, Mann. Wirknapp, du. Lüchte, mein Lieber. Ähm, ich weiß nicht, was mit uns los ist. Aber wir haben irgendwie... Wir sind schwächer geworden, habe ich so das Gefühl. Komisch. So, wir sind jetzt hier außen rumgelaufen. Da ist ein Fluss außerdem. Wenn wir über den Fluss... Das ist kein Fluss, das ist ein See. Und auf dem See ist auch eine Insel. Der ist aber definitiv nichts... Oder, da ist was drauf. Kann doch, dass was drauf sein. Oder schauen wir jetzt nicht hin. Wir haben eine andere Aufgabe zu erledigen. Und die wartet da hinten auf uns. Der hat uns gesehen. Ah, hier läuft auch noch einer. Ich bin von den verlassenen. Wir müssen da ernsthaft hoch. Nein, hier geht's schon los mit diesen ganzen... Ich bin da RP-D Connection. Nichts mehr. Diese Schwierigkeit ist noch nicht bereit. Yo! Ist klar. Okay. Wir haben wohl keinen Platz mehr. Egal, wir laufen jetzt immer weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir da noch rübergekommen wären. Wenn wir da wirklich entlanggegangen wären. So, jetzt sind wir hier. Lillian, du, es ist schön, dich zu sehen. Halt den Mund. Ja, okay, ist gut. Okay, gekillt. Gekillt. Du hast mich zum Mörder erzogen. Wie mache ich mich, Vati? Ich, äh... Aber meint, ich erinnere mich. Du hast mich gelehrt, nur die Untoten zu vernichten. Möchtest du also, dass ich mich selbst töte? Lillian, ich allerdings... Ja, gut. Okay. Okay, okay. Was macht die? Was macht die? Was macht die? Was macht die mit dem Vater? Bam. Now he's dead. Bereit zur Abgabe, das Ganze? Wir können das Ganze abgeben. Und dazu müssen wir wieder zurücklaufen. Weiß kalt. Und zwar noch zur nächsten Aufgabe runter. Na klar wäre die Abkürzung umgegangen, weil wir wären dann einfach runtergekommen. Aber trotzdem. Ich kann nicht mehr tragen. Er kann nicht mehr tragen. Habt ihr das gehört? Das ist natürlich doof. Hier liegt schon eine ganze Leiche, Alter. Das ist nur das Skelett, Alter. Ich will jetzt nicht unbedingt gegen die kämpfen. Deswegen versuche ich jetzt da irgendwie aus dem Helm zu laufen. Hat ja wahnsinnig gut funktioniert. Was ist denn das, Mann? Jo, langsam wird's eng schon wieder. Lieber abstürzen, als drauf zu gehen. Hat mich jetzt aber leider die schöne Hose gekostet, die wir da bekommen hätten. Schade. Hätten wir sicher gebrauchen können. Ich weiß nicht, was halt los ist. Oder wie wir sowieso immer so knapp drauf gehen. Gerade. Aber mei. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da hinterlaufen. Was ist denn, was ist denn das da vorne? Nicht direkt im Raum werden. Ich hab da noch nicht vielmals zugeflattert. Ah, das ist eine Straße, deswegen. Okay. Wir sind genau dahinter. Wir müssten da über diese Hügel drüber. Da laufen wir jetzt aber außen rum. Die hat uns bemerkt. Und aber nichts im Angriff. Gott sei Dank. Die könnte es kommen. Okay, daher sind die Waffen ändertig schwächer. Ja, und dann bewegen wir uns langsam in Richtung Ziel zu. Hälfte haben wir schon geschafft. Laufen wir wieder wie die Kämpfe haben hier. Oh fuck, Alter. Und es geht wegab. Jo, was ist denn hier wieder los? Wandernder Geist. Blutender Schrecken. Okay. Wieso auch nicht? Da hinten müsste unsere Aufgabe sein. Wir rennen schon ein Stück Gestalten rum, du. Wie sagst du? Ja, ja, ja. So, jetzt schminkt ihr auch noch auf mich an, ey. Unglaublich. So, wir sind da. In der Tal ist voll. Lass mich mal. Was verlangt ihr vom Tod? Ich bin verlassen. Ja, toll. Hoffentlich ist das wichtig. Schafrichterbeutel. Schafrichterbeutel. Können wir vielleicht nicht benutzen. Weil, wenn ja, wo dann bitte? Ein Zehnerhemd gegen ein Neuner. Passt. Dann nehmen wir doch lieber das Neue. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen... ...Hütten zum Verkaufen finden. Jawohl. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem ganzen Zeugs hier anfangen sollen. Achter, Sechser. Der hier weg. Eine Hose, Acht gegen eine Hose, Neun. Weg damit. Ein Siebener Schwert gegen 13er. Nein. Die Fünfer kann ich gleich wegkauen. Vielleicht kann ich nachschauen. Zehner gegen Zehner. Der kann das hier weg. So, machen wir mal wirklich so ziemlich alles leer. Xavrens Handschuhe. Hoch weg. 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 Weg das Zeug. Weg das Zeug. Eine Achterhose gegen eine Neuner. Neuner gegen Achter. Weg das Zeug. So. Und schon ist das Inventar wieder leer. Oh, wir können das Blatt nicht wegschmeißen. Das ist für die Mission. Und... Ups. Ruhe ist da hinten. Will er nicht haben. Elfer. Neuner. Siebener. Siebener. Achter. Jawohl. Was hat er denn noch so alles? Ihr sucht doch etwas. Was ist es? Nicht das, was ich hier suche. Das ist der Fledermausflüsterer oder wie der heißt. Und das sind die, die wir jetzt ansprechen müssen. Hier nehmen wir die Quest an. Und hier sprechen wir mit dem. Was ist... Sieg für Sylvanas? Ich brauche beide Hände für meine Waffe. Er braucht beide Hände für seine Waffe. Okay. Ja. Wir müssen hier eine Aufgabe lösen. Auf zu besseren und größeren Taten. Sprecht mit Timothy Cunningham. Am Bolberg in Titusfall. Muss ich hier gleich irgendwo sein. Was war denn der Fledermausführer? Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Was ist... Nehmen natürlich auch gleich die neue an. Schwingt euch in die Lüfte. Sprecht mit Exokutor Zygant in Brillantidesfall. Begrüßt den Schatten. Fürchtet... So kann man es auch machen. Ohne größere Probleme. Nach Brill fliegen. Sieht aber gespenstisch aus, das Ding da. Kosten günstig nach Brill. Okay. Lässt du mich jetzt auch mal runter? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und da steht einer. Und wir steigen fast ein Level auf. Und da habe ich jetzt im Ernst keine Quest mehr? Okay. Was soll ich denn als nächstes machen? Raus mit der Sprache. Hoffentlich ist das wichtig. Ähm, ja. Ich denke mal, dass wir hier fertig sind. Also keine Ahnung, was als nächstes kommt. Ich bin ganz ohr. Ja, äh, ich schau mal nach, wie es weitergeht. Und, äh, sag euch dann nächste Woche Bescheid. Ich dann, wie es dann wirklich weitergeht. Ähm, ich habe gerade keine Ahnung. Keine Quests mehr da. Aber wir schauen mal. Nächste Woche einschalten nicht vergessen. Bis dahin, bleibt dabei. Und, äh, schaltet nicht weg. Wie auch immer. Schaut bei uns rein ins andere Programm. Wir haben ja noch ein bisschen was hier nebenbei laufen. Äh, der Crew läuft hier noch nebenbei. Und, äh, vieles andere. Schaut rein. Und, äh, hoffentlich bis nächste Woche. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.